Moin Moin, ich bin Chatty und ich erzähle euch heute ein bisschen was über Prometheus und insbesondere wie man das ganze Ding, weiß man was das ist und wie man das ganze Ding dann in der Praxis einsetzen kann. Website von dem Ding ist Prometheus.io und ich bin das da unten. Wenn ihr mich also nochmal erreichen wollt, könnt ihr das da tun. So, besser, 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 okay, dann machen wir das so. Genau, erstmal eine Bestandsaufnahme. Prometheus ist ein, wer hat denn schon mal von Prometheus gehört? Okay, nicht der Film, das Monitoring System. Setzt schon jemand das hier ein, aktiv? Ah, so ein paar. Okay, und damit wir alle wach werden, jetzt mal die andere Variante. Alle Hände hoch. Nehmt eure Hand runter, wenn ihr keine Server betreibt oder irgendwelche Dienste betreibt. Okay, nehmt eure Hände runter, wenn ihr weniger als fünf betreibt. Weniger als zehn. Okay, alles klar, danke. Gut, das ist so die Bestandsaufnahme. Und dann schauen wir mal, was ist eigentlich dieses Prometheus? Was tut das Ding eigentlich? Prometheus ist so ein Ding, das ist dazu gedacht, dass es uns irgendwie Informationen über unsere Systeme ranholt, die wir dann am Ende uns ansehen können und damit uns eine Möglichkeit finden können, wie wir uns unser System im Auge behalten können. Wie tut es das? Wir haben da einmal dieses schöne Fackel, das ist das Prometheus. Und dieses Prometheus geht halt hin und holt sich bei seinen Zielen, bei seinen Targets regelmäßig seine Metriken ab und baut daraus entsprechende Timeseries, so nennt sich das. Und wenn irgendwelche von diesen Timeseries komisch aussehen, dann schickt es eine Information an den Alert Manager und der macht dann irgendwie Alarm und geht uns auf den Nerven. So, Targets, was sind Targets? Targets kann einmal direkte Software sein, das heißt, wir haben unsere Software so gebaut, dass sie entsprechende, für Prometheus lesbare Informationen nach außen bereitstellt und dann kann Prometheus die direkt abholen. Dann kann zum Beispiel die Software ihren internen Status, dem Monitoring melden und dergestalt. Wenn wir die Software nicht direkt instrumentiert haben, können wir auch sogenannte Exporter schreiben. Das ist einfach Software, die für uns diese Metriken einsammelt und uns dann bereitstellt, wenn wir die Software selber nicht direkt instrumentieren können. Wenn wir auch irgendwie nicht so besonders sinnvoll Whitebox-Monitoring machen können und irgendwie Informationen aus der Software rausziehen können, oder zu irgendwelchen Datenbanken oder so, können wir immer noch einen Prober schreiben, der irgendwie von außen Dinge testet. Zum Beispiel für einen Mail-Setup oder so kann man einen Blackbox-Prober schreiben. So, ich habe gesagt, das Ding macht Time Series. Was sind Time Series? Time Series ist einfach so, wir haben hier so eine Zeitachse und wir haben hier so eine Werteachse und Prometheus holt sich halt immer, wenn es bei diesem Target vorbeikommt, einen weiteren Datenpunkt auf dieser Time Series ab. Und dadurch kriegen wir halt irgendwie so einen schönen Graphen und wir können Prometheus dann fragen, ja, was war denn irgendwie der Wert in diesem System oder was war meine Metrik in diesem System zu dem Zeitpunkt hier? und dann können wir nachgucken und sehen, zu dem Zeitpunkt war das irgendwie drölf. So, Prometheus arbeitet mit Metriken. Was sind Metriken? Metriken sind Kernwerte, das ist einfach irgendeine Zahl, die den Zustand des Systems beschreibt. Zum Beispiel, wie viele HTTP-Requests hat mein Web-Server bisher so ausgeliefert? Oder wie voll ist denn gerade so das Dateisystem? Oder whatever else, wie voll ist mein Arbeitsspeicher? Was gibt es denn da so? Wir haben da so vier in Prometheus. Das eine ist ein Counter, das ist einfach so ein Ding, das zählt. Zum Beispiel HTTP-Requests, die mein Web-Server ausgeliefert hat, sind ein Counter. Der zählt einfach immer nach oben. Sowas anderes wie Dateisystem-Füllmenge, die geht nicht immer rauf, sondern, also zumindest freier Speicher geht meistens eher runter. Manchmal auch nicht, aber meistens geht der eher runter und das ist ein bisschen nervig, aber nicht zu ändern. Und das ist dann der sogenannte Gauge. Das ist einfach ein Wert, den wir auf irgendeinen Wert setzen können. Der kann also irgendwie variieren. Dann gibt es noch zwei weitere, nämlich einmal das Summary und das Histogramm. Histogramm kann man sich überlegen, das sind irgendwie so Buckets und dann habe ich irgendwie einen Wert, den ich messe und sage, in welchem Bucket landet der denn? Und dann, das ist zum Beispiel für irgendwelche Latenzen von, auch wieder meinem Web-Server zum Beispiel, dann kann ich irgendwie sagen, ja hier, ich habe die Latenz für diesen Request, schmeiß mir die mal in dieses Histogramm rein. Und dann macht Prometheus das. Und Summary ist sowas ähnliches, aber während man beim Histogramm feste Buckets hat, kann man beim Summary irgendwie anfragen, wie viele meiner Anfragen lagen denn so im 25% Quantile oder sowas. Genau, wenn irgendwo zwischendrin Fragen auftreten sollten, ich mag meine Talks eigentlich ganz gerne interaktiv, also wenn irgendwo Fragen sein sollten, meldet euch einfach. Dann können wir das direkt an der Stelle klären. Gut, so, soviel zum Thema Vorgeplänkel, dann würde ich jetzt einfach mal in eine Live-Demo springen. So, es gibt nämlich den guten Herrn Brian Brezel, der hat, der ist einer der Core-Developer von Prometheus und der hat hier so ein schönes Live-Demo-Ding, mit dem man auch rumspielen kann, bereitgestellt und dem wollte ich jetzt mal so ein paar Dinge zeigen. Denn wir sehen hier mal so ein Prometheus, da sieht man jetzt verschiedene Dinge. Man sieht hier jetzt dieses, das ist hier der Graph-Reiter und wir können uns jetzt mal angucken, was sind denn so Targets. Wir haben hier das Status, haben wir zum Beispiel Targets. Da gibt es jetzt vier. Es gibt einmal den Alert-Manager, dann Node, das ist der Node-Exporter, das ist der Exporter, der einem so generelle Systemmetriken wie Dateisystem und Arbeitsspeicher, CPU sammelt und nach außen exponiert. Dann haben wir dieses Prometheus selber, dann sind wir auch schon dabei, dass wir Software instrumentieren können. Dieses Prometheus, das ist das Prometheus, was hier gerade läuft, in dem wir gerade drin sind, das scraped sich quasi selber immer und geht halt einfach per HTTP hin und ich kann halt so reingucken und holt sich diese Metriken ab. Wir sehen diese Metriken aus, haben wir irgendwas Hübsches? Nein, haben wir nicht, also mach ich das mal. Also so sieht das aus, was Prometheus sich abholt. Wir sehen hier zum Beispiel, das ist hier so Quantiles und dann gibt es hier irgendwie MemStat, Heap, Alloc, Bytes und Zeug, aber wir gucken uns das glaube ich lieber im Graph-Interface an. Denn da ist das alles ein bisschen hübscher. Zum Beispiel Node Entropy Available Bits. Jeder Rechner hat so ein bisschen Entropie, den er so für Krypto-Operationen braucht und das ist jetzt vermutlich viel zu klein, deswegen machen wir das mal ein bisschen größer. Wie groß kann ich es machen, bevor es scheiße aussieht? Und so. Okay, können das alle lesen? Okay. So, was wir hier sehen ist, wie so eine Metrik eigentlich aussieht. Und dann, da fängt dann an, wo Prometheus richtig anfängt Spaß zu machen. Wir haben hier irgendwie unseren Namen von der Metrik, dieses Node Entropy Available Bits und dann fangen hier so geschweifte Klammern an und dann hören hier so geschweifte Klammern auf. Und dann haben wir hier hinten irgendwie so einen Wert. Und momentan ist das irgendwie 159. Wenn wir diese Metrik nochmal abfragen, ist es 181. Und wenn wir uns das irgendwie im Graph angucken, dann ist das jetzt ein bisschen groß, aber wir sehen, dass das Ganze hier eben so eine Timeseries ist. Das heißt, wir haben unten unsere Zeitachse, da unsere Werteachse. Was wir jetzt machen können ist, wir können uns mal anschauen, wie das Ganze hier aufgebaut ist, denn da wird es richtig cool. Prometheus hat sowas wie Labels. Und zwar einmal zum Beispiel das Instance Label. Das ist, wenn wir uns an die Targets eben erinnern, das ist einfach in diesem Fall die Adresse, wo das Prometheus seine Metriken hergeholt hat. Das ist einfach Demo Robust Perception I.O. Port 9100. Da läuft der Node Exporter. Der Node Exporter hat eingesammelt, wie viel Entropie ich gerade habe und mir das dann entsprechend gegeben. Dann gibt es einen Job. Das ist auch so ein internes Label. Wenn wir uns an die Targets erinnern. Gehen wir mal ein bisschen größer. Wenn wir uns an die Targets erinnern, können wir das einteilen in so Jobs. Und das ist jetzt hier der Job Node gewesen. Wir können also in jedem Job mehrere Targets haben. Das ist so eine interne Möglichkeit, das zu gruppieren. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe einen Job Datenbank Server und dann lege ich alle Targets für meinen PostgreSQL Server, für meinen MySQL Server, für meinen MongoDB, für meinen CouchDB, für meinen weiß ich nicht. Lege ich da alle rein und die sind dann alle gruppiert über dieses Job Label, während die Instanz entsprechend anders ist. So. Gucken wir uns die Metrik nochmal an. Machen wir ihn ein bisschen größer. Und wir haben eben jeweils dieses Label und wir haben dann jeweils einen Wert auf diesem Label. Und jetzt gucken wir uns mal eine andere Metrik an, zum Beispiel HTTP requests total. Ohne S bitte. Und da sehen wir, dass das jetzt anfängt blöd auszusehen. Deswegen war es ein bisschen kleiner. Und da sehen wir, das sind schon mal eine ganze Menge. Weil Prometheus sein Scraping auch über HTTP macht, das ist einfach ein HTTP. Deswegen konnten wir da eben so wunderschön draufklicken. Haben wir hier jetzt so verschiedene Sachen. Wir haben einmal hier für HTTP Requests. Das ist einfach eine Metrik, die immer zählt, wie viele HTTP Requests irgendwo angefragt wurden, wie viele ausgeliefert wurden. Und wir sehen jetzt hier so Dinge wie Handler. Handler zum Beispiel Query oder irgendwo ist hier glaube ich auch Graph. Das sind dann wir. Und Instance kennen wir schon. Den Job ist in diesem Fall das Prometheus. Hier unten ist es das Push Gateway. Hier ist es der Node Exporter. Und hier sehen wir auch die Method, ob das Get ist oder ob das Post ist. Und jetzt sind das irgendwie ganz schön viel Zeug. Und jetzt will ich irgendwie nicht, ich will eigentlich nicht jede einzelne Metrik sehen. Sondern ich will das irgendwie aggregieren. Und da fängt es an Spaß zu machen. Denn ich kann es irgendwie so sagen, erstmal will ich nur Requests sehen, bei denen der Code 400 ist. Also ich habe zwar keine Ahnung von Web, aber 400 klingt so ein bisschen sehr nah an 404. Und 404 ist mir immer auf den Geist gegangen. So, deswegen gucken wir mal. Wir machen einfach so geschweifte Klammern auf. Schreiben unser, das was wir haben wollen da rein. Und sehen, okay, es gibt offensichtlich zwei Metriken, die auf das Label Code matchen. Und das eine ist der Handler Query Range. Und das andere ist der Handler Query von demo.robotperception.io 9090. Und vom Job Prometheus Method Get. Das heißt, wir sehen hier diese beiden Timeseries, die entsprechend über diesen Code ausgeliefert haben. Und zwar 111 mal und 116 mal. Oder ich kann auch irgendwie sagen, wenn ich irgendwie 200 nehme, dann sehe ich eben alle, die 200 haben. Das sind jetzt natürlich sehr viele. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viele davon sind denn Get Requests. Und wie viele davon sind denn keine Get Requests. Deswegen sage ich einfach mal, okay, summier doch einfach mal den Kram. Das heißt, ich sage Sum by, was ist das? Method. Und was ich jetzt sehe ist, ich sehe die drei Methods, nämlich Get, Post und Delete. Und sehe, dass wir eine ganze Menge Get Requests hatten, seit das System angelaufen ist. Eine ganze Menge Post Requests hatten, seit das System angelaufen ist. Und zwei Delete Requests hatten. Und genauso kann ich irgendwie sagen, summier mir das mal irgendwie, summier mir mal alle HTTP Requests bei Method. Und dann macht er halt nicht den Vorselektor über den Code, sondern macht wirklich alle. Ich kann dann auch sagen, gruppier mir das irgendwie nicht bei Method, sondern bei Job. Und was wir hier sehen ist, dass wir relativ viele an den Alert Manager gegeben haben. Und ungefähr gleich viele an Node, Push, Gateway und Prometheus. Warum ist denn das so? Warum ist denn die so groß? Okay, gucken wir uns auch mal an, welchen Method das ist. Summieren wir einfach mal über beides. Und dann sehen wir, was ist denn hier hoch? Das ist hier hoch. Das ist der Alert Manager, der Post Request gekriegt hat. Was ist das? Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie funktioniert das denn mit diesem Alerting. Wir können uns zum Beispiel mal die Alerts angucken. Wir haben ja einen Always Firing Alert. Und dann haben wir einfach einen Namen von diesem Ding. Und da können wir auch wieder so eine Expression machen. Wir haben einfach die Up-Metrik, die uns sagt, ob etwas Up oder Down ist. Up, die sehen wir, das ist für alles 1, das ist für alles da. Und wenn wir die summieren, das ist ja offensichtlich, kann ich nicht tippen, ist das 4. 4 ist natürlich, Alerting, 4 ist irgendwie nicht 1. Und deswegen feuert er die ganze Zeit. So, jetzt haben wir uns diesen Sum-Operator angeguckt. Jetzt wollen wir vielleicht wissen, jetzt wollen wir irgendwie nicht wissen, wie viele gab es denn so insgesamt, sondern wie viele gab es denn pro Sekunde. Und dann können wir einfach sagen, schauen wir uns mal die vom Node-Exporter an für den Moment. Das ist sogar nur eine. Jetzt wollen wir irgendwie gar nicht mal wissen, wie viele habe ich denn insgesamt seit Start des Systems gehabt, sondern wie viele habe ich irgendwie pro Sekunde gehabt. Wir hatten schon den Sum-Operator, dann können wir einfach sagen, wir wollen Rate haben. Und Rate macht uns, berechnet uns quasi die, die Incidents pro Sekunde. Während wir, wenn wir uns die Metrik selber anschauen, sehen wir, das ist ein Counter, deswegen geht die immer nur nach oben. Was wir irgendwie haben wollen, ist so das pro Sekunde, wie gesagt, das ist Rate. Und Rate mittelt mir das jetzt über einen Zeitraum, den ich ihm gebe, damit wir nicht jeden einzelnen Spike mitnehmen, sondern ich sage mal, mach mal ein Average über so fünf Minuten. Und dann sehen wir, jetzt kriegen wir irgendwie einen etwas anderen Wert. Und wir sehen hier, dass die Hutted-Pair-Requests relativ regelmäßig aufkommen. Woran liegt das wieder? Das liegt wieder daran, dass Prometheus irgendwie alle paar Sekunden hingeht und sich per HTTP-Request diese Metriken abholt. Soweit so cool. Dann schauen wir uns mal nicht den Job Node an, sondern wir schauen uns einfach mal den Job Prometheus an. So, wie viel haben wir da? Hier haben wir ein paar mehr. Ja, da können wir auch eine Rate drauf machen. Machen wir mal wieder bei fünf Minuten oder so. Und was wir hier sehen ist, viele davon sind mehr so klein. Ein paar davon sind ein bisschen größer. Und wir sehen hier, dass wir einen etwas anderen Graphen bekommen. Das könnte hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welcher ist das. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Spikes. Welche Kurve ist das? Demos, das ist der Static-Handler und hier ist es vermutlich der Query-Range-Handler, weil wir gerade ein paar Queries gemacht haben. Geht der natürlich entsprechend ein bisschen hoch. Das ist so die Möglichkeit, wie man diese Datenbasis querying kann. Dann gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Operatoren. Ich kann irgendwie sagen, gib mir den Increase, den irgendwie ein Counter über einen bestimmten Zeitraum hatte oder summier mir eben über eine bestimmte Dimension und mach mir dann eine Rate darüber. Und das ist eben sehr, sehr mächtig. Man kann relativ schnell damit rauskriegen, wo hakt es denn jetzt genau? Wo ist irgendwie das Problem? Oder was geht denn gerade ab? Und die Visualisierung ist ja auch ganz nett. Ich kann hier ein bisschen mit rumspielen. Das ist natürlich irgendwie nicht die, so nicht die Endlösung. Man will vielleicht irgendwie grafische, grafische Dashboards oder so haben. Das werde ich jetzt heute eher nicht behandeln. Aber ich wollte nochmal zeigen, wie einfach es eigentlich ist, dieses System aufzusetzen, dass wir es wirklich up and running bekommen. So. Jetzt habe ich hier in meinem Örtnerchen mal so ein paar Konfigurationen vorbereitet und die schauen wir uns jetzt mal gerade mal an. Wir erinnern uns in der Grafik, obwohl ich habe mich auch, glaube ich, nochmal da, dann gehen wir da doch nochmal hin. Da, da. Wir sehen, wir brauchen irgendwie so ein Prometheus, wir brauchen irgendwie so ein paar Targets und wir brauchen vielleicht noch so einen Alert Manager, wenn wir auch von unserem Monitoring belästigt werden wollen, wenn mal was schief geht. Und das, dann setzen wir die drei Sachen doch mal auf. Das Schöne ist, das geht super simpel. Man besorgt sich einfach die Binaries für das Prometheus, für den Node Exporter, das machen wir jetzt mal, und für den Alert Manager, das habe ich jetzt schon mal gemacht. und zwei davon, nämlich das Prometheus, braucht erstmal eine Konfigurationsdatei. Und die sieht so aus. Relativ simpel, ich habe da oben, das ist YAML, ich habe da oben eine globale Konfiguration, die ist sogar optional, die ist jetzt momentan einfach mal auf den Default-Wert eingestellt. Ich sage Prometheus, dein Scrape-Intervall soll einfach 15 Sekunden sein, das heißt, alle 15 Sekunden gehst du mal zu deinen ganzen Targets und fragst sie mal, hast du irgendwie neues Zeug für mich? Und dann sagt Prometheus, dann sagt das entsprechende Target, oh ja, habe ich neues Zeug für dich, bitteschön. Und Prometheus heftet das halt in seiner Datenbank ab. Dann gucken wir uns die Rules-Files gleich an und jetzt wollen wir uns noch irgendwie sagen, ja, so ein Prometheus an sich, wenn ich das einfach starte, dann sitzt das hier so rum und verbraucht CPU, verbraucht RAM, das ist ja blöd, das soll was tun. Und deswegen kann ich ihm hier einen Job geben, zum Beispiel hier einen Job namens Prometheus. Hier kann ich auch bestimmte Optionen überschreiben, zum Beispiel hier das Scrape-Intervall und den Scrape-Timeout, bis Prometheus sagt, oh, dieses Target antwortet nicht, verbuche ich mal als nicht da, kann ich einfach hier lokal im Job überschreiben, ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich dachte mir, ich mache es einfach mal und dann kann ich mir einfach sagen, hier statische Konfiguration, deine Targets sind Localhost 9090, das ist dann das Prometheus selber, dann Localhost 9100, das ist dann der Node-Exporter und dann Localhost 9093, das ist der Alert-Manager. Und wenn ich das dann gestartet habe, oder ich kann ihm noch einen weiteren Job geben, das ist eben der Robust-Perception-Job, da habe ich eben die drei Targets von Robust-Perception auch einfach mal mit reingehängt, einfach um mehr Daten zu haben, denn ich kann es ja. So, dann kann man einfach sagen, prometheus-config.file gleich prom.conf, das kann ich jetzt absetzen und da würde bei uns ein Prometheus lauschen. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil ich das nämlich schon gemacht habe und dieses Prometheus diesen Port bereits blockiert. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Wir haben unser Prometheus hier und wenn wir in die Targets reingucken, sehen wir, wir haben irgendwie auf Localhost 9090 haben wir was, auf Localhost 9093 haben wir was, auf Localhost 901000 haben wir das. So, was passiert jetzt, wenn einer von den dreien stirbt. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe den Nodex Partner und den Alert Manager auch schon gestartet. Das lässt sich aber einfach korrigieren, indem wir eins von beiden einfach mal töten und schauen wir mal, was passiert. Bums und weg. Jetzt seht ihr hier, er will irgendwie Localhost 9093 slash metrics, slash metrics ist das, wo die Metriken auf Prometheus warten, um abgeholt zu werden. Alles konfigurierbar, aber das sind so die Standardeinstellungen. Der sagt hier, getSocOptConnection refused. Der portet es halt auch nicht auf, deswegen funktioniert das natürlich nicht. So, jetzt ist irgendwie unsere Maschine down und jetzt wollen wir irgendwie einen Alert kriegen. Wie machen wir denn das? prom.conf Und da kommen jetzt die Rules-Files ins Spiel. Jetzt sage ich Prometheus, du hast irgendwie so einen Demo-Punkt Rules und in diesen Rules-Files lege ich halt fest, wann soll er entsprechend mich benachrichtigen. So, gucken wir uns dieses Demo-Rules-Files mal an. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich sage, die Syntax ist Alert, ist Up. Wenn folgende Bedingung erfüllt ist. Up ist nicht gleich 1. Relativ simpel. Up-Metrik ist einfach eine, die können wir uns auch gerade mal anschauen. Das Prometheus ist ja da. Gucken wir uns da mal Up an. Wir haben da ein paar von. Und eine von denen ist gerade, man sieht hier noch so ein paar Tests, die ich eben nochmal gemacht habe. Und hier sieht man, dass uns gerade hier der, ähm, die 9093 weggestorben ist. Die ist nämlich jetzt nicht mehr Up. Up ist Down sozusagen. Und dann können wir einfach sagen, wenn das nicht der Fall ist, wenn Up hier nicht gleich 1 ist, dann sollst du einfach, hallo, dann sollst du einfach sagen, wenn das, dann sollst du einfach mir einen Alert geben mit folgenden Annotations, mit folgenden Beschreibungen. Endpoint is unreachable. Und dann gibt es noch dieses For, das ist ganz witzig, dann kannst du irgendwie sagen, wart mal, bis das so eine Minute gewesen ist und erst dann gib mir einen Alert, damit man nicht irgendwie bei jeder kleinen Netzwerk, bei jedem kleinen Netzwerk-Wackler direkt mit Alerts überschüttet wird. Das will man ja auch nicht. Genau, dann habe ich noch ein paar andere Alerts, hier so ein paar Beispiel-Alerts definiert, zum Beispiel, das hier ist so ein bisschen was für die CPU, das können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Hier zum Beispiel, es gibt, der Node-Exporter hat auch einen System-D-Exporter, der ist standardmäßig nicht an, aber ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich System-D-Units im State failed habe, dann sollst du mir Bescheid sagen, dass auf dieser Maschine irgendwelche Units failen, dann will ich mir das vielleicht angucken. Oder ich habe irgendwie hier mein Backup und mein Backup schreibt mir auch eine Metrik raus, wann es das letzte Mal fertig war und ich kann sagen, wenn jetzt minus dieser Timestamp von dem letzten Backup größer ist als drei Tage, dann sagst du mir, Junge, dein Backup ist alt. Genau. Das wird uns jetzt nicht viel helfen, denn das, was ich getötet habe, war der Alert-Manager. Deswegen werden wir wenig Alerts kriegen, aber man kann es ja mal versuchen. So, dann gucken wir es doch mal an. Alert-Manager. Wie konfiguriere ich den denn? Das ist ein bisschen größer, das Config-File, aber eigentlich auch relativ simpel. Wir haben hier eine globale Konfiguration. Da habe ich einfach mal so ein SMTP-Smart-House gesetzt und ich sage irgendwie die SMTP-From-Adresse, die kann ich setzen, wie ich will, solange der Smart-House das nicht ablehnt. Und dann sage ich ihm irgendwie, hier unten habe ich Receivers, nämlich einmal den Default-Receiver und der hat irgendwie verschiedene Konfigurationen. Der Alert-Manager kann irgendwie E-Mail, der kann Hip-Chat, Slack, Pager-Duty und wird nicht noch alles. Und was er auch kann, wenn nichts davon euren Zweck erfüllt, kann der auch generische Web-Hooks. Was er dann macht, ist, man sagt ihm einfach hier in der Config-Section, ja du, du hast irgendwie da so eine Adresse. Wenn ein Alert kommt, dann schiebt er einfach mal so ein, mit einem Post-Request so ein JSON hin und da steht dann alles Relevante drin. Und dann kann man dahinter eine beliebige Applikation setzen, die dann Dinge tut, was auch immer man haben will. Diese realisiert einfach das JSON, guckt sich an, was da los ist und kann dann einen beliebigen Alerting-Weg beschreiten. Ich setze hier einfach mal die beiden E-Mail-Adresse, ich habe hier mal zwei Receiver gesetzt. Da das Ding jetzt nur auf Localhost geht, habe ich mal für das Relay des TLS ausgemacht. Und dann können wir sagen, okay, jetzt routen wir mal diese Alerts. Und diese Routen funktionieren im Prinzip so, wir haben einmal einen Default-Receiver, der kriegt alles, was nicht auf diese Routen passt, damit uns auch ja kein Alert hinten runterfällt. Deswegen beschwert sich der Alert-Manager auch ganz böse, wenn dieses Feld nicht gesetzt ist. Und dann schauen wir, haben wir unsere Routen. Die Routen funktionieren grundsätzlich so, wir haben einen Match und wenn zum Beispiel unsere Instance auf Localhost matcht, dann soll der an den Demo-Receiver gehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht er einfach hier weiter und ich kann weitere Matches definieren. Und sobald das erste Match halt irgendwie passt, ich kann halt meine Label nehmen, ich kann irgendwie auch auf den Status-Code matchen oder ich kann irgendwie ein weiteres Label ansetzen, Team oder irgendwas anderes, dann landet es am Ende bei dem Receiver, bei dem es landen soll. Eine weitere Sache, die ich jetzt hier so nicht unbedingt brauche, aber die häufiger mal gefragt wird, deswegen habe ich es mal direkt mit aufgenommen. Wir haben hier so Inhibit-Rules. Der Gedanke von Inhibit-Rules ist, wenn ich einen Alert kriege, dein Rack brennt, dann will ich keinen Alert mehr kriegen, du, deine MySQL-Latenz ist ein bisschen höher als sonst. Das ist mir in dem Moment gepflegt egal. Und deswegen kann ich irgendwie sagen, wenn ich bei meinem Alert, ich kann also auch in den Rules weitere Alerts setzen, wenn ich irgendwie ein Label habe, das hat eine Severity Critical und dann kommt noch ein anderes, ein anderer Alert mit dem Label, das hat nur ein Warning, dann sag mir bitte nichts über diese Warning. Ich weiß, ich will mich erst um dieses Critical kümmern. Equal sagt dann, wie ihr das gruppiert. Das heißt, damit diese Inhibition-Rule greift, müssen Alert Name, das Delabel Alert Name, Cluster und Service dieselben sein. Das ist so ein Beispiel, das ich einfach mal aus der Konfiguration übernommen habe. Also wenn es derselbe Alert-Name ist, wenn es derselbe Cluster ist und wenn es derselbe Service ist, dann greift diese Inhibition-Rule und nur dann. Das heißt, wenn es ein anderer Cluster ist, dann ist mir, wenn ich gerade ein Alert habe, Rack brennt immer noch, egal, dass die MySQL-Latenz ein bisschen höher ist, aber vielleicht will ich den Alert dann trotzdem kriegen. Genau. Und damit ich nicht irgendwie für jeden einzelnen Alert irgendwie jetzt mit E-Mails zugespampt werde, kann ich mir auch noch einen sagen, grobe bei, in dem Fall jetzt Instance, dann fasst er mir sämtliche Alerts, bei denen das Instance-Label dasselbe ist, zu einem zusammen. Das ist jetzt so eine Minimal-Config und wenn wir das haben, können wir mal eben den Alert-Manager sagen, einfach minus Config-File, alertmanager.conf, das ist jetzt hier eine Menge an Zeug, was er macht und dann ist mein Alert-Manager wieder da. So. Dann will ich gleich hier hin und den Node-Exporter töten. So, Status, Targets und da ist er wieder. Jetzt können wir uns mal hier bei den Alerts schauen. Wir haben zwei Alerts, wir haben offensichtlich einen Alert ist ab. Das dürfte noch daran liegen, dass er den dass er den 90-93 noch nicht wiedergefunden hat. Warum hat er den noch nicht wiedergefunden? Gucken wir jetzt nochmal und zack, ist er weg. CPU-Underload feuert irgendwie immer, weil ich einen relativ, weil ich gesagt habe, wenn du weniger als 80% deiner Zeit im Idle verbringst, dann gib mir mal einen Alert. Das ist ein relativ sinnfreier Alert, aber er ist wunderbar zu Demo-Zecken, weil er unglaublich einfach zu triggern ist. Und tatsächlich triggert Robust Perception den gerade kontinuierlich, weil die Maschine einfach die ganze Zeit am Arbeiten ist. So, in der Theorie sollte ich jetzt, wenn ich mir den Alert Manager anschaue, äh, ne, nicht Alert Manager, ähm, Bums, sehen wir, wir haben hier für den Default Receiver einen Alert, nämlich CPU-Underload und den schickt er jetzt eigentlich raus. Schauen wir mal, habe ich da irgendwas bekommen? Äh, ja. Und hier sehe ich, das ist immer so ein, äh, man ignoriere den Spam, das ist ein Account, den ich immer nur zu Demo-Zwecken benutze, deswegen, äh, sehe ich hier so einen Alert. Ich sehe, äh, ich habe gerade ein E-Mail bekommen, hier steht dann irgendwie drin, was der Name von dem Alert ist, äh, welches Label, das ist jetzt irgendwie CPU-Null, das ist das CPU-Label, äh, welche Instance das ist, welcher Job das ist und alle diese Label stehen halt drin. So, und damit haben wir im Prinzip schon komplett fertig, ein Streamlined Prometheus Setup, das mir, äh, ich kann jetzt zum Beispiel, was ich auch machen kann, das Prometheus ist hier, was kann ich mir angucken, Entropy Available Bits, hier sehen wir jetzt, jetzt habe ich zwei, jetzt habe ich einmal das von Robo's Perception und jetzt habe ich das von meiner Maschine, äh, Localhost und wir sehen, und wir sehen, dass ich signifikant mehr Entropie auf meiner Kiste habe, als der Server von Robo's Perception, der diese Demo fährt. So, genau, jetzt haben wir hier ein Streamlined Setup von quasi from scratch bis fertiges Monitoring, wir haben Alerting, wir haben unser Prometheus, wir können unsere Alerts schreiben, wir haben unsere schöne Query Language, mit der wir auf unseren Daten arbeiten können und im Prinzip ist das Setup jetzt so ready to go. Gibt es Fragen? Jo. Der speichert seine Sachen, das können wir uns gerade mal anschauen. Hier habe ich die Dinge alle drin gestartet und wir sehen hier dieses Data Directory, das heißt, ich kann ihm über Kommandozeilen Flags sagen, wo er es speichern soll, wenn ich das nicht tue, nimmt er einfach das Directory, in dem er gestartet wurde, legt da einen Data-Ordner an und schmeißt da alles rein. Das ist der Backend-Store, meinst du? Das ist ein selbstgeschriebener, also die Frage war, ich soll die Fragen wiederholen, die Frage war, worin er das speichert. Prometheus hat ein eigenes Storage-Backend, das haben die selber geschrieben und das haben die auch hochoptimiert auf genau die Daten, die sie haben. Also genau die, was sie zum Beispiel haben, ist relativ viel Float64, die quasi alle Daten, alle Datentypen sind Float64 und deswegen haben sie ein Storage-Backend geschrieben, das genau auf diese Art von Time-Series mit Float64 optimiert ist und das ist relativ stark optimiert und hat einen relativ hohen Through-Output für genau diesen Use-Case. Die Frage war nach, wie breit das skaliert. Ich selber habe nur ein sehr kleines Setup mit so fünf Kisten, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das Ding echt breit skaliert. Also so in Prometheus kannst du locker 2000 Kisten vorwerfen oder 2000 Endpoints vorwerfen und das kommt nicht ins Schwitzen, wenn du ihm ein bisschen Hardware drunter gibst. Was Prometheus relativ viel durchaus gerne nimmt, ist ein bisschen RAM, weil es für das Quering relativ viel im RAM hält, damit das Quering schnell geht. Das kann man aber auch alles modifizieren, wenn man nicht so viel RAM zur Verfügung hat. Aber Prometheus, auch die Frage nach Clustering von Prometheus kommt häufiger mal auf. Die Antwort ist, macht man nicht, weil Prometheus halt gerade in der Hinsicht sehr stark optimiert ist, dass Clustering einfach in vielen Fällen einfach nicht nötig ist. Ja? Genau, die Frage nach Retention Time. Man kann Prometheus sagen, wie lange es die Daten aufbewahren soll. Da gibt es, schauen wir doch mal eben noch. Wir haben das ja da. Storage, Remote Timeout, Storage, InfluxDB, Storage Zeug, finde ich es gerade. Storage, Local Retention, Standard ist 360 Stunden. Kann man beliebig tweaken, da ich irgendwie gerne wissen möchte, wie so meine Zeiten ein bisschen in der Vergangenheit sind, habe ich es zum Beispiel ein bisschen höher gesetzt. Und wenn, ich kenne aber auch Leute, zum Beispiel Digital Ocean, die haben relativ großes Setup und relativ, die fahren mit ein paar Millionen Kisten, Prometheus hat am Limit und die haben das zum Beispiel mehr so auf 48 Stunden. Gibt es, ja. Hast du mal ein Beispiel für Probecode? Für Probecode, der quasi Blackbox-Probing macht. Oder meinst du so einen Exporter? Nein, Blackbox. Da gibt es einen Exporter, den, Moment. Das soll heißen, ich habe irgendeine Kiste, möchte ich da ein Netzwerk ausziehen, und die machen. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist zum Beispiel der Blackbox-Prober, der ist dafür da, wenn man absolut gar keine Ahnung hat. Da kann man sowas machen, ist der Port offen, ist das, also der kann hier so Probing of Endpoints über HTTP, HTTPS, DNS, TCP, ICMP. Der kann auch so Dinge wie, ist das SSL-Zertifikat noch valid und solche Späße. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, man setzt, die haben glaube ich im Prometheus-Repository auch so einen MySQL-Exporter rumfliegen. Ich glaube, der lag hier irgendwo. Stats, die InfluxDB oder Consul, was nehmen wir? Stats, die, das sind, genau, die Prometheus selber ist in Go, das hat insofern für Monitoring den Vorteil, also man kann halt, das ist halt statisch kompiliert, hat Vorteile und Nachteile, hat für Monitoring meines Erachtens den attraktiven Vorteil, selbst wenn auf der Maschine alles kaputt geht, das Monitoring ist Self-Host und wenn das kaputt geht, ist es zumindest das letzte, was kaputt geht. Genau, die haben hier so ein paar Exporter, es gibt auch verschiedene, auf der Website sind auch noch einige weitere Exporter vermerkt, wir können da mal schauen, kleinere, ich glaube hier, genau, hier sind eine Reihe von Exportern ausgeführt, das sind Official Third-Party-Exporters, wir haben einen für InfluxDB, für High-Availability-Proxy, für Memcached, für Mesos, für MySQL, zum Beispiel, wo liegt der, auch genau, das ist der MySQL-D-Exporter, die kann man entsprechend alle laufen lassen, was die so machen, sie setzen sich quasi, der MySQL-D-Exporter setzt sich zum Beispiel neben die MySQL-Datenbank und schaut halt immer, wie so momentan der Status ist. Das ist so die Idee dabei. Genau. Idealer wäre es natürlich, wenn man es schafft, die Software direkt zu instrumentieren, hier gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Exportern und die ist lange nicht vollständig, RabbitMQ, Rancher, Redis, Wot, nicht nur alles. Hier haben wir eine Liste von direkt instrumentierter Software, zum Beispiel Kubernetes ist so direkt instrumentiert, das heißt, wenn man irgendwie einen Kubernetes hat, kann man Prometheus sagen, scrape dieses Kubernetes direkt und es, man kriegt da quasi wirklich die, den Whitebox-Ansatz, wo dieses Kubernetes selber sagen kann, wie der momentane Status ist. Habt ihr was für Mail-Server? Für Mail-Server, da gibt es was, das habe ich sogar verbrochen. ob Mail-Ross-Bot noch funktionieren. Richtig, das habe ich mir auch gedacht. ähm, 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 da, das ist der hier, das ist ein Mailbox-Prober. Äh, was der macht, ist, der, äh, setzt sich hin, nimmt sich, setzt sich quasi auf den Mail-Server, den du proben willst, nimmt sich ein paar externe SMTP-Server und schickt über die immer Mails an sich selber und schaut dann eben, ob die ankommen oder nicht. Das ist so die Idee dabei. Und hat dann verschiedene Metriken, zum Beispiel, äh, ob die Mail erfolgreich ausgeliefert wurde, äh, wann das letzte Mal erfolgreich ausgeliefert wurde, wie lange das gedauert hat. Late-Mails ist, wenn, also der hat einen bestimmten Timeout, der wartet eine konfigurierbare Zeit von Sekunden, bis diese Mail eintrudelt. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann sagt er, okay, die Mail kam nicht an, aber er hat hier einfach eine Metrik, äh, wenn irgendeine Mail dann nochmal ankommt, die er gerade nicht zuordnen kann, dann war das vermutlich eine, die so spät gekommen ist. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Genau. Das ist der, äh, für Mail. Ja. Äh, ich hab das akustisch nicht ganz verstanden, kannst du nochmal? Ja. Ja. Ja, genau. Die Frage war, ähm, danach, äh, ob man eben einen HTTP-Request pro Scrape, pro Exporter, pro Endpoint bekommt und das ist genau richtig. Prometheus geht eben pro Endpoint, wenn wir uns das nochmal anschauen, hier, pro Endpoint hin und holt sich per HTTP-Request einmal das ab, was du hier hinter dieser Seite findest. Das heißt, wenn du auf einer Maschine drei, ähm, drei Endpoints hast, zum Beispiel den Node-Exporter, den MySQL-Exporter und den, ähm, Mail-Exporter oder so, dann kriegst du pro Scrape-Intervall drei HTTP-Requests an die Maschine. Äh, die Frage war nach SSL. Ja, du kannst das Ganze konfigurieren, dass es auch SSL benutzt. Die Prometheus-Komponenten selber können kein SSL. Der Gedanke dahinter ist, äh, wir überlassen das SSL lieber Dingen, die dafür ausgelegt sind. Das heißt, du knallst einfach ein Nginx-Reverse-Proxy vor oder irgendeine andere Reverse-Proxy und bekommst da dann auf jeden Fall SSL. Prometheus kann auch SSL und Basic-Auth, beides, für Scrapen benutzen, ist aber halt in den Komponenten selber nicht direkt implementiert. So. Ja. Okay, die Frage war nach Kaskadierung. Die Idee dahinter ist, du kannst einem Prometheus nicht nur sagen, äh, scrape bestimmte Endpoints, sondern du kannst diesem Prometheus auch sagen, äh, hol dir Metriken ab, die andere Prometheus für dich gesammelt haben. Das heißt, es gibt da den Slash-Metrics-Endpoint, den sehen wir immer hier. Das ist der, wo Metriken bereitgestellt werden und dann gibt es den Slash, stand mir jetzt, ich glaube, unter Slash-Federate. Da kannst du quasi von einem Prometheus zu einem anderen Prometheus gehen und sagen, du Prometheus, gib mir mal alle, oder gib mir mal folgende Timeseries, die du gesammelt hast. Die Idee dahinter ist, du hast irgendwie einen Prometheus pro Failure-Domain, irgendwie einen Prometheus pro Rechenzentrum oder einen Prometheus pro Rec oder was auch immer dein Failure-Domain ist und selbst wenn dann die Verbindung von deinem globalen Prometheus abbricht zu deinen lokalen Prometheus hast du die Daten zumindest noch und kannst schauen, ob lokal irgendwas schiefgelaufen ist. Das heißt, Prometheus skaliert da sehr schön in die Breite, dass man einfach mehrere Prometheus aufsetzen kann. Du kannst auch mehrere Prometheus parallel haben, die Alerts einfach an den Alert-Manager schieben und der Alert-Manager kümmert sich dann darum, dass das Ganze schön dedupliziert wird und du nur einen Alert bekommst. So, weitere Fragen? Ja? Von Nachteile vergleicht zu was? Das kenne ich nicht, da muss ich passen, dementsprechend erlaube ich mir da kein Urteil. Du meinst sowas wie Service Discovery? Es gibt einige Möglichkeiten, wie Prometheus Endpoints finden kann. Es zum Beispiel gibt DNS-based, dass du irgendwie DNS-based irgendwas machen kannst. Console ist implementiert. Dann gibt es File-based Service Discovery, dass du ihm sagst, statt dass du statisch konfigurierst, guckst du einfach auf alle Dateien in so einem Directory und da schmeißt du dann so einen JSON rein. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dass du dieses Prometheus tatsächlich anfassen musst. Die Frage nach Neustarten, was du auf jeden Fall machen kannst, um Prometheus dazu zu bringen, seine Config zu reloaden, ist, du musst es nicht komplett neu starten, sondern du kannst ihm einfach einen SICK-HUB senden. Wie das bei Console aussieht, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde aber vermuten, dass du es nicht neu starten musst. Da bin ich aber nicht sicher, weil ich es selbst nicht benutze. So, weitere Fragen? Wenn nicht, hätte ich noch einen Schmanker, wofür der Node-Export auch ganz hervorragend ist. Wenn wir uns mal den Fluch anschauen, habe ich hier einen Fleck gesetzt, Collector Text File Directory. Das ist ein Exporter, den ich ganz besonders spannend finde. Das ist nämlich der, was der macht ist, ich gebe ihm einen Directory, in diesem Fall einfach slash temp und jetzt kann ich einfach sagen, ich habe eine Metrik oder ich habe irgendwie einen Conjob oder ich habe irgendeinen Skript oder so. Und jetzt würde ich gerne Informationen von diesem Skript auch exportieren, aber dieses Skript läuft halt nicht die ganze Zeit und kann deswegen nicht gescrapt werden. Aber was ich machen kann, ich kann einfach sagen, ich schreibe irgendwie myFancyMetric, wir wollen ja kanonisch bleiben mit Snack-Case, myFancyMetric und der Wert ist irgendwie 50 und dann kann ich auch irgendwie meine Labels setzen, zum Beispiel machine is me und das kann ich einfach schreiben in irgendeine Datei in diesem Text-File-Collector-Directory slash temp slash metric.prom Die muss nur auf .prom enden und wenn das der Fall ist, gehen wir mal zurück in dieses Prometheus und während wir bisher myMetric, das war so eine alte, myFancyMetric hat er nicht, gucken wir mal kurz auf die Target. Was? Das ist tatsächlich ein ganz hervorragender Punkt. Wir machen das vielleicht mal so. So. Wir gucken mal, warten wir mal, bis er den Node-Exporter einmal abgeholt, das ist der 9000er, den hat er gerade. Wenn wir uns jetzt auf den Graph schauen, haben wir myFancyMetric mit einem Wert von 50. Das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich einen Node-Exporter auf der Kiste laufen habe und jetzt irgendwie nicht so ein voll-containerized Environment habe, wo niemand auf dieses Directory schreiben kann, sondern irgendwie so so ein Standard-Distributions-Setup, wenn ich irgendwie so ein Debian habe, kann ich einfach jeden Cron-Job, statt dass mir Cron ständig irgendwelche E-Mails schickt, einfach diesem Cron-Job sagen, dumpe irgendwie deine Metric runter in so ein .prom-Fall im TextFile-Collector-Directory und der Node-Exporter exportiert das einfach mit. Das finde ich schon super-fancy und super-angenehm. Alles klar. Wenn sonst keine weiteren Fragen sind, doch, da sind Fragen. Und wenn man kann, gibt es einen Mechanismus für das Letzte-Experience oder was? Also wenn ich sowas habe und es relativ asynchron von verschiedenen Quellen zusammensammelt, kann ich auch nur irgendeiner Art und Weise sicherstellen, wann mein letzter Wert generiert wurde? Die Frage war nach, kann ich feststellen, wann mein letzter Wert generiert wurde? Ich nehme an, das geht so in Richtung von, wenn Time-Series auch verschwindet oder wenn ein Endpoint irgendwie verschwindet oder so. Ja, auch in dem Fall, das ist ein Cron-Job und der Cron-Job kommt einfach nicht mehr zu dem Punkt, wo er den Wert neu schreibt. Ah, okay, der Cron-Job kommt nicht mehr zu dem Punkt, wo er den Wert neu schreibt. Das ist richtig, da gibt es erstmal so keine Möglichkeit, das rauszukriegen. Deswegen mache ich es bei meinen Skripten immer so, dass sie eben so einen Timestamp mit rausschreiben, wann das letzte Mal gelaufen ist. Denn das Problem insbesondere ist ja auch, Prometheus arbeitet mit Time-Series. Prometheus arbeitet, kann nicht besonders gut damit umgehen, wenn Time-Series plötzlich auftauchen und verschwinden. Das ist halt nicht vorgesehen. Das ist eigentlich mehr so vorgesehen, dass man halt kontinuintliche Time-Series hat, die im Zweifel soll irgendwie auf Null gehen oder so. Auch das passiert, das passiert auch, wenn der Endpoint nicht mehr erreichbar ist. Dann schreibt Prometheus eben da keine weiteren Daten in die Time-Series, aber sie ist noch da. Bei Cron-Jobs ist es halt so, die laufen immer nur alle Stunde oder alle Tag oder so und deswegen sollte man da einfach einen Timestamp mit rausschreiben, wann der das letzte Mal gelaufen ist, wenn man irgendwie das detektieren möchte. Wie ich zum Beispiel beim Backup erwähnt hatte, dieser eine Alert, wo ich einfach den letzten Timestamp des Backups prüfe, und dann, wenn der halt zu groß wird, dann kann ich darauf entsprechend alerten. Weitere Fragen? Ob wir Nagios ablösen wollen? Ich habe Nagios nie benutzt, aber selbstverständlich ist Prometheus der neue geile Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe Nagios nie benutzt, ich habe keine Ahnung, wie Nagios sich so in der Praxis macht, aber ich finde diesen Ansatz mit, dass ich Time Series habe, relativ angenehm, weil mir das nicht nur das Alerting gibt, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, diesen Alert in den Graphen direkt zu sehen. Während ich bei Nagios ja immer nur diesen binären Probe habe, wenn ich das richtig weiß, und dann noch irgendwie eine andere Komponente, zum Beispiel ein Collect D brauche, um mir tatsächlich die ganzen Systemmetriken zu holen. Und Prometheus hat das halt einfach direkt in einem Rutsch, direkt in einem Block, und da kriege ich direkt beides zusammen, insbesondere mit der Aggregation über mehrere Maschinen. Ja. Die Frage nach der Visualisierung, ja. Ich benutze dafür Grafana. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht vorgestellt. Grafana ist so, auch von Prometheus Upstream, das empfohlene Tool, hat mittlerweile auch native Prometheus-Unterstützung als Datenquelle. und Grafana ist eben so eine Lösung, um sich wunderbar schön Dashboards zusammenzubauen mit irgendwelchen Graphen und die Sachen dann im Auge zu behalten. Das ist für die normalen Systemmetriken mein Hauptweg, außer ich will da irgendwie, wenn was schiefgelaufen ist, das angucken, dann benutze ich gerne dieses interaktive Interface, weil es halt die Möglichkeit hat. Aber für diese statischen Dashboards, wo ich einfach sehen will, was ist denn so in den letzten 24 Stunden so an Party gegangen, dafür benutze ich auch Grafana, ja. Okay. Sonst keine weiteren Fragen? Ich glaube, wir werden hier auch gleich rausgeschmissen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch eine angenehme MM-CD. Applaus